Und Willkommen zurück zu BattleBlock Fiatra! BattleBlock Fiatra! Es geht weiter mit dem 5. Kapitel 4. Szene! BAM 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 BAM! NORMALES BILD! NORMALES BILD! Ja lass reingehen! Ich bleib hier sitzen! Du bleibst da sitzen, wunderbar! Warte, ich komme! Ich komme! Ich soll vielleicht nur meine Fenster zumachen draußen, ist scheiße laut! Warte mal einen kleinen Moment! Ich sehe schon, du kommst nicht weit in dem kleinen Moment! Ach! So! Weh, meine Sitzposition einnehmen! Oh, da will ich noch nicht hin! Und kann losgehen, ich bin hier! Nein, nein, nein! Nein! Mach das ja weg! Das hast du echt verkackt! Nein! Der Doppelsprung ist auch nicht gut! Voll gemein! Oh! Wir müssen da hinkommen, ja? Ah ja, ich merke schon! Lass mir den Meister ranhören! Hoi! Ne, wir müssen trotzdem! Ne, da ist... Achso, da oben kann man ja irgendwie noch hinkommen, ne? Ah, fantastisch! Geile Geschichte! Na ja, da haben wir auch wenigstens das gesehen! Oha! Ich bin oben! Nein, nein! Steve, wo bleibst du nur? Probier mal da unten nach links und rechts, ob da irgendwo Geheimgänge sind, warte ich mach das mal! Ja! Ja, guck mal da rüber! Das schreit doch quasi! Nein, leider keiner! Na ja, dann haben wir halt nur ein bisschen Zeit verschwenden, das ist auch in Ordnung! Oh, jetzt kommst du noch nicht raus! Jetzt! Nein! Warte, warte, warte! Ich hab's raus! Geduld! Na süß! Huh! Gut! Das ist nochmal eine Spezialität hier! Wie geht's? Ja, ich bin noch nicht zerstrennt worden! Ich weiß es nicht! Richtig schon! Ähm... du musst mich hier ich werfe dich das war zu früh noch mal aber jetzt hab ich's kapiert jetzt werf mich werf mich werf mich jetzt sehr gut klappt das läuft doch 1a ja nein nein keine gefahr alles gut du musst du fix hoch ja ja ich bin so also da habe ich jetzt wieder geschnallt ja kein ding bin der tat ich bin ja da keine gefahr heute zu schnell durch wiii sehr gut oh guck mal da oben ist ein geheimgang wieder da musst du ja schnell irgendwo hingehen aha aha aber jetzt was gesammelt ne warte mal wenn er weg ist muss auch nicht raus bringen das kommt doch nicht hoch und ich muss drunter wir sind wir sind spitze ich habe es gut studium gefährlich aber dass wir machen dass du mich geholfen was war das denn gerade ja 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 kriegen wir den da runter der wirft immer nur ganz in der luft nicht werfen aber was ist jetzt zu weit weg für mann 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 es ist nicht nett dann mach jetzt nochmal einfach ja das ist jetzt noch den anderen ich wollte jetzt einfach mal den karte erledigen hat funktioniert wieso weil du das auch gerade mit mir gemacht hast selbst schuld das jetzt irgendwie warte mal warte mal ich habe gerade fehlsteuerung gehabt meine maus reagiert überhaupt nicht du musst da oben rüber doch passt du musst ganz oben nach rechts rüber ich bin gerade noch fasziniert dass meine was soll ich da was hast du vor das kommt durch das eis durch oder was nein komm her du musst du nicht einfach hier ja genau du musst da unten auf dieses teil drauf ach alles klar warte bitte ehrlich jetzt also das gepackt wahnsinn naja klar komm ha 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 ich möchte jetzt frag wie weißt du es selber nicht oder naja ich hab brand geklettert bin rüber gesprungen hab mit doppelsprung mich rüber gerettet kommst du jetzt auf mich drauf gut jihaa aber wir haben erst vier juwelen ne was soll ich was naja jetzt bitte hier drunter aber noch was gut das holen wir uns als letztes hä aber das klappt doch nicht mehr jetzt bin ich aber auch verwirrt können ja nicht nur vier steine gewesen sein ach so warte mal ich muss hier wieder rüber gehen warte au verdammt das ist ja wirklich gerade eine riesige knobelei hier wie kommst du jetzt da hoch einfach vor dir moment nein ne so aha braucht gar keinen weiter oh ey sag mal bei mir hat es irgendwie mein Haus reagiert nicht bitte jetzt drauf drei zwei spring schön aber wir haben trotzdem nur vier juwelen das kann nicht passen aber es war auch noch mal was ich würde fast sagen dass das alle sind ja dann machen wir uns mal rein lass uns drauf ankommen jetzt waren wir ein bisschen verwundert ja wohl richtig das wären auch die wenigen jetzt pass auf sie ne 5 ey 5 wäre es gewesen reicht man 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 das wird ja richtig tücki jetzt hier langsam ja die machen weniger diamanten rein das wird richtig dreckig naja die waren aber gut versteckt auch ja Mensch lass mich doch mal ein bisschen rumwunden machen ja das hast du dafür das merk ich vielleicht kommt ein boot nein es kommt kein boot hui bist du jetzt zu weit gelaufen ja ich hatte vielleicht Panik auf des lasers ja toll geht's auch nicht weiter komm her ja verdammt nochmal neuer versuch oh 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 verdammt nochmal vielleicht sollst du mir den Stein da runterwerfen weiß ich auch oh man oh man manchmal bin ich echt schlecht habs habs oh ne das ist ja wieder ach komm das wird zu anstrengend das war nicht so gut das wird ja eklig du musst ja du musst ja oh nein ahja komm mal hin hui das war ein lauf oh du fuck komm mach nach was ist es steig auf das ding drauf ich mach keine fax mehr hey steigst du mal auf das ding drauf er sagt ja ich bin da ach so mach nach ich hab grad die schweine gesehen und mich einfach nur gefreut ja das war so schwer mit dem schwein tolle action oh nein ja gut nein 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 waj es ist ganz schön weit kein du hast den dottelabschwung zu früh gemacht Nein du musst den Schwung mit nutzen muss ich werfen ne oder auch so, ja oh timings team wirf mich, wirf mich nein nein du Das sind die Einfachen Jetzt treuern wir doch sowieso Jawoll Komm über die Brücke So pass auf warte Hey Okay Irgendwas ist passiert Ich bin auf einmal drüben Ach man Halt dich bereit Halt dich bereit Jetzt Warum bist du nicht auf mich draufgesprungen Bestimmt ich stand doch vom Ach so Ich soll auf mich drauf springen Ja Und nun wird es Hand Patsche Hand Ja richtig Achtung Achtung Pass auf du wirfst mich dann Oder ich hoffe dich Nein Ich komme zu So drüben Ja Nein Ich helfe dir Dafür habe ich immer eine Hälfte Hand Dafür habe ich immer eine Hälfte Hand Das Vielleicht mal hier gucken Hier ist nix Hättest du einfach gewesen Vorsichtig Ich muss da oben hin Nein Ich komme nicht ran Nein Schaffst du Hier du bist der bessere Springer als Ich komme nur auf mich drauf Ja siehst du So einfach kann das Nein Lass ihn mal aus Dann muss er aus Ne das an Ich wollte da angemacht So ja genau Ich wollte noch Ich muss ja hier drüben lang Ja ja Ich wollte ja Ich muss das Ich habe gerade Weiß gedacht So I'm coming to you Nein 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 Recht Genau Noch ein Noch ein So Zack Schön hast du meine Aufprall abgefedert Ja so bin ich In meine Hand Zier dich nicht Was machst du denn? Das war nicht so schlau Das war ja weiserlich Das hat mich jetzt selber gewundert Ich renne einfach gegen den Wind Ich mach das schon Alles klar Moment Ja genau Ups Kein Ding Ich mach das schon Oh 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 Ich bin gerade aus dem Spiel rausgeflogen Ah hast du gut gemacht Du bist zu wo bin ich? Ach du bist da oben Ja Hier komme ich jetzt zu dir Einfach genau Außen rum Und unten Achso mit dem Ventilator Auf dem Ventilator muss das Genau Genau So Oh warte 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 Ah Schwierige Steuerung Schwierige Steuerung Aha Woa Woa Hihihi Ups Nein Ups Nein! Noch nicht so kurz vor Schluss, weiß ich nicht. Ach man, das war ne doge Idee von mir. Flügel! Ich weiß nicht was ich hier mache, ich weiß nicht was ich hier mache. Ich bin masslos überfordert. Oh, jetzt bist du bei mir. Oh, dann geht's aber. Oh, was? Vorsicht, den Lenkraketen. Nein, gerade durchgefallen. Du machst das. Wir haben alle so drauf, sieben Stück. Ja, ja. Das war nicht so gut von mir, aber ich bin auch da. Ja. Das lief doch gut. Ja. Nur Schmierfett gleitet besser. Wir sollten immer so in der Aufnahme station stoppen. So, dann sind wir nämlich für die Folge auch schon durch. Ging flott oder? Ja, auf jeden Fall. War sehr schön. Na? Und für euch, dass es in den nächsten Folgen auch so weiter geht. Denn wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen. Nicht, dass uns jemand hier unterstellt, wir würden mit Absicht die Let's Plays in die Länge ziehen. Ja, ja. Wenn 30 mal die zugucken, unterstellt uns das auch jeder. Genau. Schämt euch. Schämt euch. Schämt euch. Und damit gute Nacht. Tschüss. Tschüss.